Hast du ein Haustier? Hast du ein Haustier? Du bist sehr nett. Du bist sehr nett. Lass es noch einmal von mir laufen. Lass es noch einmal von mir laufen. Ich sollte das jetzt besser beenden. Ich sollte das jetzt besser beenden. Erhöhen Sie den Einsatz. Erhöhen Sie den Einsatz. Nein. Mir geht es gut. Danke. Nein. Mir geht es gut. Danke. Er springt über die Pfütze. Er springt über die Pfütze. Hast du gestern Abend den wunderschönen Sonnenuntergang gesehen? Er arbeitet ständig daran, seine Fähigkeiten zu verbessern. Er arbeitet ständig daran, seine Fähigkeiten zu verbessern. Schieben Sie den Umschlag. Schieben Sie den Umschlag. Sie sind ein guter Entscheidungsträger. Sie sind ein guter Entscheidungsträger. Kampf. Kampf. Ich bin wütend auf ihn, weil er gelogen hat. Ich bin wütend auf ihn, weil er gelogen hat. Könnten Sie mir bitte das Salz reichen? Könnten Sie mir bitte das Salz reichen? Schau dir das an. Schau dir das an. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Katzen sind sehr süß. Katzen sind sehr süß. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Hallo. Wie geht's? Hallo. Wie geht's? Unterbrechen Sie die Kommunikation nicht. Unterbrechen Sie die Kommunikation nicht. Tom und Sarah heiraten. Tom und Sarah heiraten. Übrigens. Hast du schon unseren neuen Nachbarn kennengelernt? Übrigens. Hast du schon unseren neuen Nachbarn kennengelernt? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nimm es nicht persönlich. Nimm es nicht persönlich. Halten Sie es schriftlich fest. Halten Sie es schriftlich fest. Ich schätze Ihre Hilfe. Ich schätze Ihre Hilfe. Sie vereinbaren ein Treffen für nächste Woche. Sie vereinbaren ein Treffen für nächste Woche. Ich bin von meinen Fähigkeiten überzeugt. Ich bin von meinen Fähigkeiten überzeugt. Können wir jetzt gehen? Können wir jetzt gehen? Natürlich würde ich das gerne tun. Natürlich würde ich das gerne tun. Katze im Sack. Katze im Sack. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Bleib in Bewegung. Bleib in Bewegung. Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Bauen Sie eine bessere Zukunft auf. Bauen Sie eine bessere Zukunft auf. Ich muss nach meiner Reise auspacken. Ich muss nach meiner Reise auspacken. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Habt ihr Pläne für das Wochenende? Das sind sehr schöne Orte. Das sind sehr schöne Orte. Er muss alle Räume reinigen. Er muss alle Räume reinigen. Wie gehst du zur Arbeit? Wie gehst du zur Arbeit? Drück die Daumen. Drück die Daumen. Ich liebe Actionfilme. Ich liebe Actionfilme. Öffnen Sie nicht das Fenster. Es ist kalt draußen. Öffnen Sie nicht das Fenster. Es ist kalt draußen. Zwei und zwei zusammen zählen. Zwei und zwei zusammen zählen. Gehst du gerne auf Partys? Gehst du gerne auf Partys? Seien Sie selbst diszipliniert. Seien Sie selbst diszipliniert. Ich mag Malerei. Ich mag Malerei. Bitte teilen Sie mir Ihre Gedanken mit. Bitte teilen Sie mir Ihre Gedanken mit. Ich stimme zu. Ich stimme zu. John hat gerade sein College-Abschluss gemacht. John hat gerade sein College-Abschluss gemacht. Entschuldigung. Kann ich eine Frage stellen? Entschuldigung. Kann ich eine Frage stellen? Ja. Es ist sehr entspannend. Ja. Es ist sehr entspannend. Woher kommst du? Woher kommst du? Du kannst das. Du kannst das. Das fühlt sich erfrischend an. Das fühlt sich erfrischend an. Ich bin frei. Ich bin frei. Kannst du auf meine Tasche aufpassen? Kannst du auf meine Tasche aufpassen? Letztlich kommt es auf die Teamarbeit an. Letztlich kommt es auf die Teamarbeit an. Es wird regnen. Es wird regnen. Lerne aus deinen Fehlern. Lerne aus deinen Fehlern. Lerne aus deinen Fehlern. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Paddeln sie mit ihrem eigenen Kanu. Paddeln sie mit ihrem eigenen Kanu. Kommen sie für eine Minute hierher. Kommen sie für eine Minute hierher. Natürlich. 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 Natürlich würde ich das gerne tun. Natürlich würde ich das gerne tun. Wenn sie Hilfe brauchen, vertrauen sie mir. Wenn sie Hilfe brauchen, vertrauen sie mir. Ich genieße meine Sommerferien wirklich. Ich genieße meine Sommerferien wirklich. Kannst du fernsehen, wenn du deine Hausaufgaben erledigt hast? Kannst du fernsehen, wenn du deine Hausaufgaben erledigt hast? Du bist eine wunderschöne Seele. Du bist eine wunderschöne Seele. Er ist für das Projekt verantwortlich. Er ist für das Projekt verantwortlich. Sie entschuldigten sich für ihr Verhalten. Sie entschuldigten sich für ihr Verhalten. Vergessen sie nicht, das Licht auszuschalten. Vergessen sie nicht, das Licht auszuschalten. Er kam letztes Wochenende zu Besuch bei uns. Er kam letztes Wochenende zu Besuch bei uns. Nicht schon wieder. Ich kann es nicht glauben. Nicht schon wieder. Ich kann es nicht glauben. Ja. Ich liebe es, einzigartige Gegenstände zu finden. Ja. Ich liebe es, einzigartige Gegenstände zu finden. Bleib in Bewegung. Bleib in Bewegung. Wir legen in unserem Unternehmen Wert auf Ehrlichkeit und Integrität. Wir legen in unserem Unternehmen Wert auf Ehrlichkeit und Integrität. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Er war eine Woche lang nicht zur Arbeit. Er war eine Woche lang nicht zur Arbeit. Das klingt interessant. Das klingt interessant. Ich muss dringend einen Termin beim Arzt vereinbaren. Ich muss dringend einen Termin beim Arzt vereinbaren. Schütte dein Herz aus. Schütte dein Herz aus. Ich schätze ihre Hilfe. Ich schätze ihre Hilfe. Das ist gut. Das ist gut. Du bist ein guter Fahrer. Du bist ein guter Fahrer. Kann ich ihr Telefon eine Weile benutzen? Kann ich ihr Telefon eine Weile benutzen? Können sie ein gutes Restaurant empfehlen? Können sie ein gutes Restaurant empfehlen? Behalte dieses Geheimnis für uns. Behalte dieses Geheimnis für uns. Ich liebe es wirklich, Bücher zu lesen. Ich liebe es wirklich, Bücher zu lesen. Bleiben sie offen. Bleiben sie offen. Du bist ein Sonnenschein. Du bist ein Sonnenschein. Ich habe gehört, dass du deine Prüfung bestanden hast. Glückwunsch. Ich habe gehört, dass du deine Prüfung bestanden hast. Glückwunsch. Bleiben sie wachsam. Bleiben sie wachsam. Hallo. Wie geht es dir? Hallo. Wie geht es dir? Um den Frieden zu bewahren. Um den Frieden zu bewahren. Seien sie konsequent. Seien sie konsequent. Lass mich nicht im Unklaren. Lass mich nicht im Unklaren. Üben, was sie predigen. Üben, was sie predigen. Den Gedanken von jemandem ausnutzen. Den Gedanken von jemandem ausnutzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, aber ich werde es versuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, aber ich werde es versuchen. Ja. Es ist therapeutisch. Ja. Es ist therapeutisch. Ich schätze es. Ich schätze es. Ich kenne deinen Bruder. Ich kenne deinen Bruder. Halten sie es geschlossen. Halten sie es geschlossen. Wenn sie Hilfe benötigen, zögern sie nicht zu fragen. Wenn sie Hilfe benötigen, zögern sie nicht zu fragen. Motiviert sein. Motiviert sein. Ich mache nur Spaß. Nimm es nicht ernst. Ich mache nur Spaß. Nimm es nicht ernst. Denkst du es wird regnen? Denkst du es wird regnen? Gewicht heben. Gewicht heben. Egal. Es ist keine große Sache. Egal. Es ist keine große Sache. Wie gehst du zur Arbeit? Wie gehst du zur Arbeit? Kennen sie den Weg zum Bahnhof? Kennen sie den Weg zum Bahnhof? Er kommt normalerweise zu spät zu unseren Treffen. Er kommt normalerweise zu spät zu unseren Treffen. Wenn sie Hilfe brauchen, vertrauen sie mir. Wenn sie Hilfe brauchen, vertrauen sie mir. Die bevorstehenden Feiertage sind meine Lieblingszeit im Jahr. Die bevorstehenden Feiertage sind meine Lieblingszeit im Jahr. Gehst du gerne in Comedy Clubs? Gehst du gerne in Comedy Clubs? Auf keinen Fall. Das ist unglaublich. Auf keinen Fall. Das ist unglaublich. Nein. Ich bin kein großer Koch. Nein. Ich bin kein großer Koch. Spielen sie auf dem Feld. Spielen sie auf dem Feld. Halten sie es geschlossen. Halten sie es geschlossen. Stellen sie den Karren vor das Pferd. Stellen sie den Karren vor das Pferd. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Hast du irgendwelche Allergien? Hast du irgendwelche Allergien? Sind sie ins Ausland gereist? Sind sie ins Ausland gereist? Können wir eine große Pizza mit Peperoni essen? Können wir eine große Pizza mit Peperoni essen? Zu welchem Zweck benötigen sie diese Informationen? Zu welchem Zweck benötigen sie diese Informationen? Hast du irgendwelche Hobbys? Hast du irgendwelche Hobbys? Ein neues Unternehmen zu gründen ist ein riskantes Unterfangen. Ein neues Unternehmen zu gründen ist ein riskantes Unterfangen. Sozial sein. Sozial sein. Lass mich deine Hand halten. Lass mich deine Hand halten. Ja. Sechs Jahre. Ja. Sechs Jahre. Ich schätze ihre Hilfe. Ich schätze ihre Hilfe. Sicher. Gehen sie vor. Sicher. Gehen sie vor. Stört es sie, das Fenster zu schließen? Stört es sie, das Fenster zu schließen? Ich werde nicht mit dir reden. Ich werde nicht mit dir reden. Das ist es auf jeden Fall. Das ist es auf jeden Fall. Lass mich nicht im Unklaren. Lass mich nicht im Unklaren. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Habt ihr Pläne für das Wochenende? Sie kommen morgen. Sie kommen morgen. Wenn sie Hilfe brauchen, vertrauen sie mir. Wenn sie Hilfe brauchen, vertrauen sie mir. Sie sind eine zuverlässige Person. Sie sind eine zuverlässige Person. Er ist dazu in der Lage. Er ist dazu in der Lage. Er ist wütend auf seinen Bruder. Er ist wütend auf seinen Bruder. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Können sie das bitte erklären? Können sie das bitte erklären? Spielen sie ständig. Spielen sie ständig. Ich gehe jeden Tag im Park spazieren. Ich gehe jeden Tag im Park spazieren. Um den Frieden zu bewahren. Um den Frieden zu bewahren. Kann ich mir ihren Stift für eine Minute ausleihen? Kann ich mir ihren Stift für eine Minute ausleihen? Schauen sie auf die positive Seite. Schauen sie auf die positive Seite. Welches ist dein Lieblingstier? Welches ist dein Lieblingstier? Sie sind so großartig. Sie sind so großartig. Könnten sie es bitte wiederholen? Könnten sie es bitte wiederholen? Entschuldigung. Kann ich eine Frage stellen? Entschuldigung. Kann ich eine Frage stellen? Gehen sie gerne spazieren? Gehen sie gerne spazieren? Vielen Dank. Vielen Dank. Zufrieden mit der Leistung. Zufrieden mit der Leistung. Nicht berühren. Es kann heiß sein. Nicht berühren. Es kann heiß sein. Nimm die Lasche. Nimm die Lasche. Verständlicherweise war er über diese Situation verärgert. Verständlicherweise war er über diese Situation verärgert. Ich bin ein Fremder in dieser Gegend. Ich bin ein Fremder in dieser Gegend. Ich liebe es, Bio-Gemüse zu kaufen. Ich liebe es, Bio-Gemüse zu kaufen. Kannst du beschreiben? Kannst du beschreiben? Du bist ein sehr guter Koch. Du bist ein sehr guter Koch. Unabhängig sein. Unabhängig sein. Schütte dein Herz aus. Schütte dein Herz aus. Lassen sie mich wissen, wenn sich ihre Situation ändert. Lassen sie mich wissen, wenn sich ihre Situation ändert. Kannst du mir dabei helfen? Kannst du mir dabei helfen? Ziehen sie alle Register. Ziehen sie alle Register. Welche ist deine Lieblingsjahreszeit? Welche ist deine Lieblingsjahreszeit? Unser Ziel ist der Spitzenplatz. Unser Ziel ist der Spitzenplatz. Wir beschlossen, eine Reise ins Unbekannte anzutreten. Wir beschlossen, eine Reise ins Unbekannte anzutreten. Lass dich davon nicht stören. Lass dich davon nicht stören. Unser Ziel ist der Spitzenplatz. Unser Ziel ist der Spitzenplatz. Das fühlt sich erfrischend an. Das fühlt sich erfrischend an. Du bist ein mitfühlender Mensch. Du bist ein mitfühlender Mensch. Sie feierten ihr Jubiläum in einem schicken Restaurant. Sie feierten ihr Jubiläum in einem schicken Restaurant. Überprüfen sie ihre Arbeit unbedingt noch einmal, bevor sie sie einreichen. Überprüfen sie ihre Arbeit unbedingt noch einmal, bevor sie sie einreichen. Er hat Angst vor Spinnen. Er hat Angst vor Spinnen. Gehen sie gerne zu Weinproben. Gehen sie gerne zu Weinproben. Stecken sie jemandem eine Feder in den Hut. Stecken sie jemandem eine Feder in den Hut. Ich genieße meine Sommerferien wirklich. Ich genieße meine Sommerferien wirklich. Bestimmt werden. Bestimmt werden. Wir müssen Kandidaten gründlich prüfen, bevor wir sie einstellen. Wir müssen Kandidaten gründlich prüfen, bevor wir sie einstellen. Kannst du bitte die Tür öffnen? Kannst du bitte die Tür öffnen? Ja. Ich koche gerne. Ja. Ich koche gerne. Es tut mir leid aber. Es tut mir leid aber. Du bist sehr talentiert. Du bist sehr talentiert. Entschuldigung. Wo ist die Toilette? Entschuldigung. Wo ist die Toilette? Zufrieden mit den Ergebnissen. Zufrieden mit den Ergebnissen. Um Geld zu sparen, nutze ich lieber öffentliche Verkehrsmittel. Um Geld zu sparen, nutze ich lieber öffentliche Verkehrsmittel. Können Sie ein gutes Restaurant empfehlen? Können Sie ein gutes Restaurant empfehlen? Ich bin allergisch gegen Schalentiere. Ich bin allergisch gegen Schalentiere. Bauen Sie eine bessere Zukunft auf. Bauen Sie eine bessere Zukunft auf. Sie ist mit Ihrem langjährigen Freund verlobt. Sie ist mit Ihrem langjährigen Freund verlobt. Kann ich Ihnen dabei helfen? Kann ich Ihnen dabei helfen? Können Sie mir helfen, Istanbul zu finden? Können Sie mir helfen, Istanbul zu finden? Guten Tag. Guten Tag. Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Sie diskutierten die beste Lösung. Sie diskutierten die beste Lösung. Behalten Sie den Überblick. Behalten Sie den Überblick. Seien Sie nachdenklich. Seien Sie nachdenklich. Mach dir keine Sorge. Mach dir keine Sorge. Ich liebe, wer die Nachtigall stört. Wirklich. Ich liebe, wer die Nachtigall stört. Wirklich. Kommen Sie nach der Arbeit auf einen Drink zu uns. Kommen Sie nach der Arbeit auf einen Drink zu uns. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Du bist ein Sonnenschein. Du bist ein Sonnenschein. Ich gehe jeden Tag im Park spazieren. Ich gehe jeden Tag im Park spazieren. Brauchen Sie Hilfe bei Ihren Hausaufgaben? Brauchen Sie Hilfe bei Ihren Hausaufgaben? Gehst du gerne auf Partys? Gehst du gerne auf Partys? Ich genieße es, nach Paris zu reisen. Ich genieße es, nach Paris zu reisen. Die Aussicht vom Gipfel des Berges war atemberaubend. Die Aussicht vom Gipfel des Berges war atemberaubend. Kennen Sie die Grundlagen? Kennen Sie die Grundlagen? Hatten Sie Gelegenheit, das von mir empfohlene Buch zu lesen? Hatten Sie Gelegenheit, das von mir empfohlene Buch zu lesen? Selbstvertrauen Selbstvertrauen Die Atmosphäre ist sehr lebhaft. Die Atmosphäre ist sehr lebhaft. Hast du noch etwas Kaffee? Hast du noch etwas Kaffee? Es hat eine positive Wirkung. Es hat eine positive Wirkung. Sie sind ein geduldiger Lehrer. Sie sind ein geduldiger Lehrer. Ruhig sein Ruhig sein In Ordnung und du? In Ordnung und du? Hast du noch etwas Kaffee? Hast du noch etwas Kaffee? Auf Holz klopfen Auf Holz klopfen Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Du kannst das Du kannst das Können wir unser Treffen verschieben? Können wir unser Treffen verschieben? Ich bin ein Fremder in dieser Gegend Ich bin ein Fremder in dieser Gegend Ja, in der Highschool Ja, in der Highschool Was würden Sie tun, wenn Sie in meiner Situation wären? Was würden Sie tun, wenn Sie in meiner Situation wären? Ich bin beschäftigt Ich bin beschäftigt Ich kann schwimmen Ich kann schwimmen Sei fleißig Sei fleißig Entschuldigung Können Sie mir helfen? Entschuldigung Können Sie mir helfen? Hast du noch etwas Kaffee? Hast du noch etwas Kaffee? Ich interessiere mich für Geschichte Ich interessiere mich für Geschichte Hallo Wie geht es dir? Hallo Wie geht es dir? Wir sind schockiert über den Unfall Wir sind schockiert über den Unfall Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe Aber ich werde es versuchen Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe Aber ich werde es versuchen Ja, ich mag Kriminalromane Ja, ich mag Kriminalromane Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Wir haben jedes Wochenende zusammen Fußball gespielt Wir haben jedes Wochenende zusammen Fußball gespielt Alle meine Freunde kommen zum Konzert Alle meine Freunde kommen zum Konzert Halten Sie den Kopf gesenkt und arbeiten Sie hart Halten Sie den Kopf gesenkt und arbeiten Sie hart Liebe ist blind Liebe ist blind Lassen Sie uns nach Gehör spielen Lassen Sie uns nach Gehör spielen Lasst dir Zeit Lasst dir Zeit Er bewirbt sich um eine Stelle im Unternehmen Er bewirbt sich um eine Stelle im Unternehmen Ich bin traurig Ich bin traurig Lass uns zum Mittagessen ein paar Burger holen Lass uns zum Mittagessen ein paar Burger holen Ich hoffe du fühlst dich bald besser Ich hoffe du fühlst dich bald besser Ich bin nicht sicher Ich bin nicht sicher Kannst du zur Party gehen? Kannst du zur Party gehen? Ich fühle mich etwas müde und denke darüber nach Ein Nickerchen zu machen Ich fühle mich etwas müde und denke darüber nach Ein Nickerchen zu machen Wir sind uns in vielerlei Hinsicht ähnlich Wir sind uns in vielerlei Hinsicht ähnlich Fred und Sally sind meine Freunde Fred und Sally sind meine Freunde Sie sind ein engagierter Mitarbeiter Sie sind ein engagierter Mitarbeiter Muss Spaß machen Muss Spaß machen Bitte seien Sie vorsichtig Bitte seien Sie vorsichtig Er konzentriert sich auf seine Karriere Er konzentriert sich auf seine Karriere Es gibt Gerüchte, dass Sie heiraten werden Es gibt Gerüchte, dass Sie heiraten werden Glückwunsch zu deinem Erfolg Glückwunsch zu deinem Erfolg Gehen Sie gerne in Museen? Gehen Sie gerne in Museen? Du machst das gut Du machst das gut Können Sie ein gutes Restaurant empfehlen? Können Sie ein gutes Restaurant empfehlen? Zu welchem Zweck benötigen Sie diese Informationen? Zu welchem Zweck benötigen Sie diese Informationen? Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Ich möchte bitte ein Hühnchensandwich bestellen Ich möchte bitte ein Hühnchensandwich bestellen Welche Länder haben Sie besucht? Welche Länder haben Sie besucht? Kannst du mir das Salz reichen? Kannst du mir das Salz reichen? Er muss alle Räume reinigen Er muss alle Räume reinigen Sei organisiert Sei organisiert Ja, ich liebe die Energie Ja, ich liebe die Energie Sie streiten über das Budget Sie streiten über das Budget Sie waren von dieser Nachricht überrascht Sie waren von dieser Nachricht überrascht Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ich gehe am liebsten auswärts essen Ich gehe am liebsten auswärts essen Du bist eine Inspiration für mich Du bist eine Inspiration für mich Ich genieße die alte Münze Ich genieße die alte Münze Natürlich Natürlich Die Lösung dieses Problems wird nicht einfach sein Die Lösung dieses Problems wird nicht einfach sein Danke schön Danke schön Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen Ich bleibe einfach Ich bleibe einfach Ich habe zu diesem Thema eine andere Sichtweise Ich habe zu diesem Thema eine andere Sichtweise Verliere dich Verliere dich Der Verzehr von Gemüse ist wichtig für die Gesundheit Der Verzehr von Gemüse ist wichtig für die Gesundheit Das ist gut Das ist gut Kann ich bitte eine Rückerstattung erhalten? Kann ich bitte eine Rückerstattung erhalten? Was ist das Coolste, was du gefunden hast? Was ist das Coolste, was du gefunden hast? Es ist wichtig, gesund zu bleiben Es ist wichtig, gesund zu bleiben Brauchen Sie Hilfe bei Ihren Hausaufgaben? Brauchen Sie Hilfe bei Ihren Hausaufgaben? Lassen Sie es stumm schalten Lassen Sie es stumm schalten Generell bevorzuge ich Generell bevorzuge ich Sie sind sehr lustig Sie sind sehr lustig Ich bin allergisch gegen Schalentiere Ich bin allergisch gegen Schalentiere Ich bin interessiert Ich bin interessiert Seien Sie kooperativ Seien Sie kooperativ Können Sie mir dabei sofort helfen? Können Sie mir dabei sofort helfen? Er kann morgen zu seinem Termin kommen Er kann morgen zu seinem Termin kommen Ich bin von meiner Präsentation überzeugt Ich bin von meiner Präsentation überzeugt Er betrachtet das Gemälde Er betrachtet das Gemälde Sie fühlen sich Ihren Beziehungen verpflichtet Sie fühlen sich Ihren Beziehungen verpflichtet Können Sie mich um 7 Uhr abholen? Können Sie mich um 7 Uhr abholen? Vorfreude auf den Feiertag Vorfreude auf den Feiertag Wie heißt du? Morgen ist ein neuer Tag Das ist wichtig zu wissen Das ist wichtig zu wissen Er springt über die Pfütze Er springt über die Pfütze Ich bin ein Fan von Coldplay Ich bin ein Fan von Coldplay Gib deine Träume nicht auf Gib deine Träume nicht auf Ich bin ein Fremder in dieser Gegend Ich bin ein Fremder in dieser Gegend Ein Teil oder ein Paket von etwas Ein Teil oder ein Paket von etwas Es geht Ihnen gut, danke der Nachfrage Es geht Ihnen gut, danke der Nachfrage Kann ich Ihr Telefon eine Weile benutzen? Kann ich Ihr Telefon eine Weile benutzen? Und so, und so Nach Gehör spielen Nach Gehör spielen Mein Freund arbeitet hart Es muss erfolgreich sein Mein Freund arbeitet hart Es muss erfolgreich sein Bleiben Sie professionell Bleiben Sie professionell Bestimmt werden Bestimmt werden Wir haben jedes Wochenende zusammen Fußball gespielt Wir haben jedes Wochenende zusammen Fußball gespielt Kann ich mir deinen Stift leihen? Kann ich mir deinen Stift leihen? Ich würde es vorziehen, wenn Sie keine schwierigen Fragen stellen Ich würde es vorziehen, wenn Sie keine schwierigen Fragen stellen Letztlich kommt es auf die Teamarbeit an Letztlich kommt es auf die Teamarbeit an Du bist ein sehr guter Zuhörer Du bist ein sehr guter Zuhörer Gehen Sie nicht, ohne sich zu verabschieden Gehen Sie nicht, ohne sich zu verabschieden Du bist ein großartiger Elternteil Du bist ein großartiger Elternteil Kommen Sie vorbei, wann immer Sie möchten Kommen Sie vorbei, wann immer Sie möchten Hör dir das an Hör dir das an Zufrieden mit den Ergebnissen Zufrieden mit den Ergebnissen Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg Wie viel wird es dauern? Wie viel wird es dauern? Woher kommst du? Woher kommst du? Du siehst müde aus Du siehst müde aus Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Sei fleißig Sei fleißig Entschuldigung Wo ist die Toilette? Entschuldigung Wo ist die Toilette? Er hat mir bei meinen Hausaufgaben geholfen Er hat mir bei meinen Hausaufgaben geholfen Du bist ein sehr guter Zuhörer Du bist ein sehr guter Zuhörer Das Buch ist auf dem Tisch Das Buch ist auf dem Tisch Sie sind ein engagierter Mitarbeiter Sie sind ein engagierter Mitarbeiter Ja, ich stimme zu Ja, ich stimme zu Kannst du langsamer sprechen? Kannst du langsamer sprechen? Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen Zögern Sie nicht, Fragen zu stellen Ich bin allergisch gegen Erdnüsse Ich bin allergisch gegen Erdnüsse Drück die Daumen Drück die Daumen Kann ich dir eine Frage stellen? Kann ich dir eine Frage stellen? Wie heißt du? Wie heißt du? Besorgt über die Präsentation Besorgt über die Präsentation Sie leiden unter Prüfungsangst Sie leiden unter Prüfungsangst Ein Teil oder ein Paket von etwas Ein Teil oder ein Paket von etwas Du bist ein toller Kollege Du bist ein toller Kollege Können wir uns morgen treffen? Können wir uns morgen treffen? Du bist ein großartiger Elternteil Du bist ein großartiger Elternteil Ich bin beschäftigt Ich bin beschäftigt Lehne dich zurück und entspanne Lehne dich zurück und entspanne Wir beschlossen, eine Reise ins Unbekannte anzutreten Wir beschlossen, eine Reise ins Unbekannte anzutreten Kannst du mir dabei helfen? Kannst du mir dabei helfen? Nach dem Film gingen wir zum Abendessen Nach dem Film gingen wir zum Abendessen In Ordnung und du? In Ordnung und du? Hast du Kinder? Hast du Kinder? Eigentlich Trotzdem Eigentlich Trotzdem Das ist eine tolle Entdeckung Das ist eine tolle Entdeckung Üben, was sie predigen Üben, was sie predigen Obwohl es regnete, hatten wir eine tolle Zeit beim Picknick Obwohl es regnete, hatten wir eine tolle Zeit beim Picknick Schrumpfungsgrad Schrumpfungsgrad Könnt ihr ein gutes Buch empfehlen? Könnt ihr ein gutes Buch empfehlen? Sie sind ein natürlicher Anführer Sie sind ein natürlicher Anführer Mach dir keine Sorgen, alles wird gut Mach dir keine Sorgen, alles wird gut Ja, ich liebe es, verschiedene Küchen auszuprobieren Ja, ich liebe es, verschiedene Küchen auszuprobieren Er ist nervös wegen des Interviews Er ist nervös wegen des Interviews Tut mir leid, dass ich unterbreche Aber ich habe eine Frage Er ist ein sehr fleißiger Mensch Er ist ein sehr fleißiger Mensch Können sie mir helfen, meine Schlüssel zu finden? Können sie mir helfen, meine Schlüssel zu finden? Schau wer spricht Schau wer spricht Gehen sie gerne in Vergnügungsparks Gehen sie gerne in Vergnügungsparks Jeder von ihnen brachte ein Geschenk mit Jeder von ihnen brachte ein Geschenk mit Seien sie taktvoll Seien sie taktvoll Kennen sie den Weg zum Bahnhof? Kennen sie den Weg zum Bahnhof? Emily liest gern Romane Emily liest gern Romane Sie sind ein ausgezeichneter Kommunikator Sie sind ein ausgezeichneter Kommunikator Es ist klein Es ist klein Kannst du beschreiben Kannst du beschreiben Du bist ein großartiger Elternteil Du bist ein großartiger Elternteil Bitte gib mir das Salz Bitte gib mir das Salz Vielen Dank für deine Hilfe Vielen Dank für deine Hilfe Ich bin wütend auf ihn, weil er gelogen hat Ich bin wütend auf ihn Weil er gelogen hat Kommen sie nicht zu spät zum Meeting Kommen sie nicht zu spät zum Meeting Ehrgeizig sein Ehrgeizig sein Du bist ein guter Fahrer Du bist ein guter Fahrer Du bist ein großartiger Elternteil Du bist ein großartiger Elternteil Kann ich bitte die Rechnung haben? Kann ich bitte die Rechnung haben? Gehst du gerne auf Partys? Gehst du gerne auf Partys? Vielleicht kannst du es versuchen Vielleicht kannst du es versuchen Was ist dein Lieblingssport? Was ist dein Lieblingssport? Er ist gelangweilt von seiner TV-Show Er ist gelangweilt von seiner TV-Show Entschuldigung Können sie mir dabei helfen? Entschuldigung Können sie mir dabei helfen? Ich habe dieses tolle neue Restaurant im Stadtzentrum gefunden Ich habe dieses tolle neue Restaurant im Stadtzentrum gefunden Ja, ich liebe es, einzigartige Gegenstände zu finden Ja, ich liebe es, einzigartige Gegenstände zu finden Ja, ich liebe es, einzigartige Gegenstände zu finden